Wir kommen heute zu einer weiteren Folge von Games of War. Anlass ist eine deutliche Veränderung im PvP, aber auch sonst gab es mit der, ich glaube, 2. irgendwas haben sie das genannt, einige Veränderungen, die ich gleich mal kurz ein bisschen durchgehen möchte. Ich nehme euch auf eine Schatzkiste und einen PvP-Kampf mit und erläutere da ein bisschen, was sich verändert hat. So, inzwischen habe ich einige Königreiche auf Level 10 gebracht, speziell vier Königreiche hier unten, die einen Bonus auf meine Magiefähigkeiten geben, was natürlich dann den Einsatz von bestimmten Waffen verbessert. Und mit dem letzten Update ist ein weiteres Königreich hinzugekommen, und zwar hier die Gletscherspitzen. Die Quests habe ich bereits schon soweit durchgespielt. Aktuell sind die Herausforderungen schon alle soweit abgeschlossen. Da bin ich noch nicht soweit mit allen Königreichen durch. Gerade die, die ihr hier seht, die noch auf Level 4 gelassen habe, die sind noch einige Herausforderungen zu meistern und entsprechend natürlich auch noch eine ganze Menge Seelen einzuhalten. Vor allen Dingen, inzwischen bin ich über Level 150, habe damit Kriegsherr 4 freigeschaltet, was zwar 200 Prozent auf die Monsterwerte gibt, was ziemlich anstrengend ist, aber dafür gibt es dann eben auch 125 Prozent Seelen. Und zusammen mit der entsprechenden Rüstung, also hier ist dann die Goldrüstung, die ich für PvP verwende, und das ist die Seelenrüstung, die ich eben verwende, wenn ich die Herausforderung mache, einfach um das Maximum rauszuholen. Eben dann statt 100 Seelen bei der letzten Stufe der Herausforderung bekomme ich 325 Seelen. Auf jeden Fall neben den Gletscherspitzen gibt es hier auf jeden Fall noch weitere. Ich denke insgesamt so mindestens sieben Felder. Hier oben zwei. Dann gibt es hier noch einen Nebel, der wahrscheinlich bedeutet, dass auch die Felsen dort nochmal ein eigenes Königreich werden können. Dann gibt es hier unten noch 3, 4, 5 mindestens, die wahrscheinlich noch irgendwann zur Verfügung gestellt werden mit neuen Storys und vielleicht auch der einen oder anderen weiteren Fähigkeit. Also das sind die Klassen, die seit einiger Zeit eingeführt wurden. Inzwischen habe ich Bogenschütze, Necromant und Wildhüter auf Level 20 und ich habe die Waffe von dort bekommen. Also die Waffe, die nach 250 Siegen jeweils freigeschaltet wird. Hier habe ich sozusagen genau Punktlandung und habe danach dann die Klasse gewechselt. Aktuell bin ich jetzt dabei, den Hexenmeister hier das Dämonikon freizuspielen. Da fehlen allerdings noch etliche Sieger, bevor das klappt. Die Vorteile habe ich schon, soweit wieder das Wichtigste. Auch hier nehme ich normalerweise Magie, damit eben einfach die Kampfwaffen besser werden und die Eigenschaften. Das dauert auch noch, weil die Magiesteine doch ziemlich schwierig zu bekommen sind. Und hier dann gleich zur ersten Änderung neben dem PvP, zu dem ich gleich kommen werde, ist die Schatzsuche. Dadurch, dass ich Thüri ziemlich oft verwende in den Kämpfen, habe ich inzwischen 190 Karten hier freigeschaltet. Aber was Spannende ist, was sich hier geändert hat, ist die Zuordnung, was man aus den Kisten bekommen kann. Weil bisher war es so, dass letztlich hier überall Gold, also ihr seht, hier fehlt das eine Symbol, hier war ursprünglich noch Gold. Das heißt, die Diamanten und den Schlüssel und so weiter waren eine Chance von 1 zu 5. Jetzt ist es letztlich 1 zu 4. Ich weiß nicht, ob die alle gleichgewichtet sind, aber auf jeden Fall hat sich definitiv die Chance verbessert, hier die Ruhmschlüssel zu bekommen und hier dann für die Tresore sogar die Diamantenschlüssel, weil hier ist sowohl die Goldwahrscheinlichkeit als auch die Möglichkeit, Seelen zu bekommen, weggefallen. Das heißt natürlich auch, dass man da insgesamt zwar weniger bekommen kann, aber ich denke, interessanter sind auf jeden Fall hier die Ruhmschlüssel, die man von einem solchen Tresor bekommt. Für diejenigen, die das noch nicht gespielt haben, hier ist es wichtig, also man hat nur 8 Züge am Anfang. Wenn man eine 3er-Kombo macht, geht ein Zug verloren. Wenn man eine 4er-Kombo macht, bleibt die Züge neutral, also man bekommt keinen dazu, verliert aber auch keinen. Und nur mit 5er-Kombos ist es dann möglich, einen Bonus rauszubekommen, womit man dann seine Zugzahl noch weiter steigern kann. So, das habt ihr jetzt gesehen. Hier ist jetzt so eine 5er-Gold-Kombo entstanden, weswegen wir jetzt 9 Züge sind. Hier kann ich jetzt Silber kombinieren, sodass dort auch wieder ein zusätzlicher Zug, also ich einen Zug mehr habe. Und jetzt ist hier noch die 4er-Gold-Kombo, womit dann hier keine Veränderung erfolgt. Ich werde das jetzt dann kurz überspringen und mit euch gleich zum Ende gehen, weil, wie sich das jetzt hier so im Einzelnen spielt, das ist, denke ich, jetzt nicht so wichtig. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt und ein bisschen mehr erklärt, worauf man achten sollte. Und vor allen Dingen eben hier solche 5er-Kombos natürlich dann sinnvollerweise so mitnehmen, dass man den Bonuszug erhält und dabei nicht andere 5er-Kombos eventuell kaputt macht. Deswegen große Kombos, also 4er- und 5er-Kombos immer von oben anfangen und kleine Kombos möglichst weit unten machen, mit der Möglichkeit hier dann Kettenreaktionen zu erzeugen. Zum Beispiel hier jetzt Braun, dann das Gold, was runterfällt und das andere schon nicht mehr in meiner Macht liegt, weil das natürlich alles zufällig dann ist, was runterfällt. Aber es hilft auf jeden Fall, je mehr Bewegung ich in das Spiel bekomme, desto wahrscheinlicher ist es, dass vielleicht noch ein extra Turn dabei rausspringt. Genauso wie wenn ich jetzt hier die Kombo mache und die 4er-Linie zustande kommt, kommt auch einige Bewegung einfach ins Spiel. Ja, soweit jetzt die Schatzkiste. Das dürfte dann jetzt hier der letzte Zug sein. Genau, damit ist das jetzt beendet. Und mal schauen, ob ich zumindest zwei Ruhmschlüssel bekomme. Also insgesamt waren es jetzt 44 Spielzüge. Einer hätte mir noch gefehlt, dann hätte ich noch hier einen bekommen. Aber ja, also Schlüssel habe ich keine bekommen. Soweit zu den Änderungen für die Schatzkisten. Noch ein Hinweis zu den Heldenklassen. Es ist so, bisher war das so, dass die eine Woche blockiert waren. Das heißt, ich konnte die nur eben gegen Diamanten wieder wechseln und erst nach einer Woche die Möglichkeit, die wieder kostenfrei zu wechseln. Das scheint jetzt generell auf 24 Stunden runtergesetzt zu sein. Das heißt, man kann eigentlich jeden Tag einmal die Klasse wechseln, was dann auf jeden Fall deutlich angenehmer ist. Und genau, den Mechaniker habe ich noch nicht freigespielt, weil da warte ich noch, bis ich die anderen Klassen soweit durch habe, damit ich dann hier auch einen kostenfreien Wechselbonus bekomme. Aber nun zu den größten Änderungen im PvP. Das heißt, das PvP ist sehr viel umfangreicher geworden. Ihr seht hier jetzt erstmal das erste Blatt, wo ich aus drei verschiedenen Gegnern auswählen kann, gegen die ich kämpfen kann. Hier unten gibt es jetzt Bewertungen. Das heißt, es geht nicht mehr einfach so, dass das mit diesen Sternen, wo man zwischen ein bis fünf Sterne pro Level braucht, um aufzusteigen, sondern es geht jetzt hier sozusagen so ein PvP-Token, die man dort erspielen kann, die man aber auch verlieren kann, wenn man den Kampf verliert. Und ich habe jetzt generell die Möglichkeit, eben für drei, zwei oder eine Trophäe zu spielen. Genauso auch, dass die Humus-Punkte, also die Humus-Flügel dort gewählt werden können. Und das Schöne hierbei ist, die Trophäen sind ja generell nur für die Gilde interessant und man bekommt keine Trophäen mehr abgezogen, auch wenn man den Kampf verliert. Während es sonst ja so war, wenn man das PvP gemacht hat, dass man dann entweder zum einen nicht genau auswählen konnte, man hatte ein oder zwei Trophäen, die man gewinnen konnte, konnte aber genauso gut eine Trophäe verlieren, wenn man den Kampf verloren hat. Das scheint so nicht mehr der Fall zu sein, sondern eben die werden jetzt einfach nur noch positiv hochgezählt und es gibt anscheinend im Moment keinen Fall, in dem man wirklich dann Trophäen wieder verliert. Dann gibt es hier noch Ungewertete. Das heißt, hier kann man einfach noch ein bisschen üben, gucken, ob sein Deck aktuell überhaupt stark genug ist, ob man es schafft, gegen die zu bestehen und kann auch hier noch ein bisschen Trophäen für die Gilde bekommen. Hier ist aktuell meine Statistik für diese Woche. Ich habe mich bis jetzt auf Rang 7, beziehungsweise eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass ich gestern schon Rang 6 erreicht habe. Heute beim Anmelden war, glaube ich, auch noch Rang 6 sichtbar. Allerdings, so wie man hier im Kampffrotokoll sieht, gehen auch ein paar PvP-Punkte verloren, wenn man die Verteidigung verliert. Also die Verteidigung verliert. Und deswegen bin ich jetzt hier aktuell unter die 1.400 gefallen. Und was mir beim neuen PvP ganz gut gefällt, sind einfach, dass die Belohnungen sehr viel umfangreicher sind. Also zwischendrin kann ich mich nicht erinnern, dass man hier tatsächlich schon solche Boni erhalten hat. Ich weiß, am Ende der Woche gab es einen gewissen Bonus, der vielleicht etwa dem hier entspricht. Aber so bis dahin, also man kann jetzt hier eine ganze Reihe an Ruhmes, Schlüsseln und Geld und Seelen und so weiter zusätzlich bekommen. Mit jedem Rang auf Stief wird das halt dann nochmal ausgeliefert. Mal sehen, ob das hier dann, wenn ich das jetzt gleich mit euch einen, so einen Kampf gemacht habe, ob ich da die Belohnung nochmal bekomme. Das wäre natürlich interessant, weil dann einfach so knapp auf 1900, dann warten, bis man hoffentlich einmal in der Verteidigung besiegt wurde und wieder drunter fällt. Und dann, beziehungsweise wahrscheinlich kann man es sogar selber ja provozieren, indem man dann einfach einen Kampf verliert und dann wieder aufsteigt. Also ich bin gespannt, wie das gleich ablaufen wird. Dann hier die Verteidiger. Da bin ich mir nicht sicher, aber wahrscheinlich gelten hier auch nur die, die automatisch gewonnen werden. Ihr könnt aber nicht mehr selber spielen, also die Verteidigung nicht mehr selber in die Hand nehmen. Gut, ich denke, das mit dem Kampf ist einfach nur, dass man zwar generell gegen die kämpfen kann, aber das hat nichts damit zu tun, dass das dann als Verteidigung gelten würde. Und ja, hier ist dann die Rangliste. Achso, genau, da fehlt noch eine Info. Also neben den Belohnungen, die ihr einfach hier über den Rang freispielen könnt, die eben generell zur Verfügung stehen, gibt es noch gewertete Belohnungen. Und da ist es, wenn ihr eben über irgendwo unterhalb der Tausend da liegt, bekommt ihr halt dann einfach nur die 500 und 50 Seelen. und es ist schon um einiges anstrengender, hier in die Top 1000 bzw. Top 100 zu kommen. Also die Liste selber, die Rangliste, geht hier zumindest bis 100 und da seht ihr schon, wie unterschiedlich, also der hat schon mal 5000 mehr PvP-Token, als ich sie aktuell habe, allerdings auch etliche Runden mehr gespielt. Ja, also soweit die Änderung im PvP. Für das Spielen selber ändert sich jetzt nichts weiter, was ich hier jetzt noch wieder umstellen werde, weil es gibt keinen großen Vorteil davon, sich hier das Leben unnötig wert zu machen. Das heißt, deswegen werde ich da einfach mit Normal spielen und werde dann dazu natürlich hier meine, werde dazu meinen Helden wieder auf die Rüstung umstellen, damit ich doppeltes Gold erhalte, weil deswegen lohnt sich das PvP dann sehr, weil selbst wenn ich hier im Schnitt so 500 angezeigt bekomme, also so 500 Goldmünzen, bekomme ich auf jeden Fall dann eben das Doppelte, in dem Fall fast 1100 Goldmünzen, plus natürlich noch das, was ich im Spiel selber erspiele. Aktuell habe ich gerade mein Team ein bisschen umgestellt, weil ich bin ja jetzt eben eine andere Klasse, die vor allen Dingen einen Bonus auf, ja, auf, was ist das jetzt, das ist so gar nicht gelb, der Spielephilosoph hat doch, also die Waffe ist nicht gelb, sondern sie ist eigentlich lila, wie ihr hier sehen könnt, auf die es nämlich dann auch den Bonus gibt, den nämlich meine Klasse dann hat, aber es wird hier aktuell nicht angezeigt, genau, also hier wird korrekt angezeigt, eben die Waffe hat 14 Mana-Ladungen lila und ist aber aufgrund der Boni eben durch den Hexenmeister, das sind die hier, eben fünfmal nochmal Magiebonus dazu, das heißt, der Mindestschaden, den ich damit ausrichten kann, ist 17, wenn mir meine, die habe ich jetzt gar nicht mehr drin, meine Druhade war nämlich immer noch, die konnte immer nochmal zwei Bonuspunkte vergeben, allerdings ist das in dem Fall hier dann nicht mehr, ist die hier nicht mehr dabei, also ich kämpfe aktuell mit dem Wolfsritter, und ja, mal schauen, ob es gut klappt, meinen lila aufzuladen, ich habe ja auch noch die Flagge in lila, weswegen dann, wenn ich eine Dreier-Kombo mache, ich mindestens fünf lila Punkte bekomme, mal gucken, ob ich jetzt gleich noch eine lila-Kombo bekomme, okay, also hier bekomme ich jetzt noch eine Fünfer-Kombo in grün, damit ist zumindest Thürich schon mal aufgeladen, was natürlich sehr praktisch ist, und hier kann ich auch wieder Vierer-Kombos noch abschließen, und dann noch die Totenschädel-Kombo, so, jetzt hat sie mir natürlich das lila geklaut, und dafür habe ich aber wieder eine Totenschädel-Kombo bekommen, so, also mit Thürich könnte ich jetzt auf jeden Fall braun aufladen, okay, das ist noch Totenschädel wichtiger, als irgendwelche anderen Sachen dann einzusetzen, okay, da bekomme ich auf jeden Fall die braun-Kombo, mal gucken, ob die dann den schon komplett auflädt, nee, kein Mana-Surg, das heißt nur normal, aber auch jetzt, ah, hier kann ich zumindest endlich mal eine lila-Kombo machen, okay, die wichtigen Sachen abarbeiten, okay, da ist jetzt die erste, und ihr habt gesehen, es sind fünf Punkte jetzt gewesen, aber jetzt eben auch noch kein weiteres Mana-Search dazu, hier kann ich jetzt auch wieder noch eine Titten-Totenschädel-Kombo ermöglichen, weil natürlich der Totenschädel dann hier genau in die Mitte fällt, und noch ein Extra-Turn, also im Moment läuft es schon ganz gut, kann ich hier auch wieder noch einen Extra-Turn machen, und bekomme wieder Totenschädel geliefert, sowas, damit ist der erste Gegner, und vor allen Dingen der Held ist dann schon mal besiegt, das heißt, dessen Waffe kann er nicht mehr einsetzen, dafür wird jetzt ein paar Tieren-Kombo gemacht, und klaut mir wieder das Lila. So, auf jeden Fall ist es sinnvoll, jetzt erst mal den hier einzusetzen, ähm, ja, hier habe ich schon einen Angriff gehabt, der ist schon aufs wahre Leben gegangen, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. So, der macht jetzt nur neun Schaden, aber dann am besten zu dem, aber dann ist der auch ziemlich weit weg. So, jetzt kann ich hier endlich wieder das Lila aufladen, damit ist meine Waffe dann auch aufgeladen. Und ich kann hier überall 17 Schaden verursachen. So, jetzt ist er auch aufgeladen, ähm, die beiden haben jetzt das Zeichen des Todes, und genau, er schafft nämlich sieben Schädel, deswegen wollte ich den unbedingt, ähm, rechtzeitig weg haben. Mal gucken, ob ich jetzt noch was anstellen kann. Also auf jeden Fall werde ich ihm jetzt den Schutzschilf verpassen, damit, selbst wenn jetzt, die Schädel-Kombos kommen, die er, ähm, okay, er setzt jetzt die Fähigkeit natürlich nicht ein, aber dann kann ich hier, ähm, mit dem, also einen Extrazug bekommen. Der ist jetzt natürlich noch nicht abgeschlossen, aber, ja, so, jetzt sind keine Extrazüge mehr da, und, er ist nicht aufgeladen, so ein Pech. Schade, wenn er jetzt aufgeladen gewesen wäre, hätte ich es gleich besiegen können. Mal gucken, eine Vierer-Kombo wird so ohne weiteres jetzt, glaube ich, hier nicht rauszulösen sein, auch nicht mit der Auflösung. Aber dann mal hoffen, dass er das mit der Aufladung soweit überlebt. und ich in dem Fall, also Thürich braucht grün, da kann ich sie gleich mal, kann ich gleich mal auflösen und, ähm, sie wieder aufladen. Ah, es hat eben nichts, also, zumindest kaum was genutzt. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt ist noch die Frage, inwieweit ich hier noch ein bisschen mehr anstellen kann, als nur die eine Schiedel-Kombo. weil es wäre natürlich spannender, wenn ich hier mehrere Kombinationen zusammenbekomme. Also das eine wäre, wenn ich rot entferne, der würde hier landen. Das wäre wahrscheinlich nicht sehr hilfreich. Weil braunen würden die zumindest um zwei nach unten fallen, während die anderen hier nur um eins nach unten fallen. Das würde also ganz gut aufgehen. Und ich würde sogar eine Vierer-Kombo bekommen. Also ich werde auf jeden Fall braunen entfernen, bekomme dadurch ein paar Schädel-Kombos und bleibe weiterhin am Zug. Und da oben ist noch ein Zunger-Kombo, womit ich dann jetzt... Also klar, die Schädel-Kombo ist dort wichtig. Jetzt ist bloß noch die Frage, ob ich hier noch eine Vierer-Kombo hinbekomme. Aber Thury ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr aufgeladen. Und der hier würde leider eins zu weit nach unten fallen, wenn ich die Lila-Kombo mache. Also machen wir einfach die Schädel-Kombo. Auch wenn er jetzt geheilt wird und ein paar Grüne ins Spiel gebracht werden, dürfte das jetzt unproblematisch sein. Da bekomme ich wieder eine Lila-Kombo. Und dann ist der auch schon wieder fast aufgeladen. Und der ist jetzt wieder geheilt. Das heißt, der macht dann wieder nur einen neuen Schaden, was natürlich dann zu wenig ist. Deswegen werde ich hier mal lieber noch den Schild aktivieren und noch mal die Rüstung von allen verstärken. So, da kommt jetzt wieder Totenschädel-Kombo. Die kann er machen. So, jetzt ist noch mal... Okay, Lila aufladen. Geht aktuell noch nichts. Ja, das Sinnvollste ist dann erst mal den einzusetzen. Und zwar dieses Mal auch die Trujade. So, dass sie beim nächsten Mal auf jeden Fall gekillt werden kann. So, hier habe ich den Kombo. Und eine Totenschädel-Kombo, die zumindest sein Schutzschild... Naja, gut, das Schutzschild wird jetzt eh gleich erneuert werden. Außer sie macht das auf sich selbst. Okay, sie hat sich selber geschützt. Und damit natürlich auch wieder erheblich geheilt. So, die Kombo ist natürlich nicht sinnvoll, weil dann bekommt er die Totenschädel-Kombo. Aber ich glaube, es gibt aktuell keine andere Kombinationsmöglichkeit. Ja, doch, ich kann die blaue machen, so dass die andere Kombination... Ja, so ist es noch das. Also bleibe ich wenigstens am Zug. Und ja, es ist wieder die Qual der Wahl. Weil klar, Totenschädel-Kombo, 17er-Kombo, dort noch eine. Also da ist es jetzt am sinnvollsten. Ich mache jetzt erst mal, sozusagen platziere das Zeichen des Todes und die 17 Schaden auf alle beide. Dann macht er zwar noch eine Totenschädel-Kombo jetzt, aber ich kann dann die zweite Totenschädel-Kombo selber nutzen. Und das Schutzschild der Drojade ist auf jeden Fall schon mal weg. So, damit ist er dann ausgeschaltet. Und jetzt fehlt bloß noch die Drojade einmal zu killen. Okay, der hat jetzt noch eine ganze Menge. Aber das reicht. Okay, mit 12 würde es nicht reichen, aber da sie schon verwundet ist, kriege ich hier mit 15 Schaden auf sie und damit ist die Schlacht in der Stimme beendet. Ihr seht also hier jetzt die drei Trophäen, die ich für den Kampf bekommen habe, sowie zwei Schlüssel, die ich im Spiel gewonnen habe. Also das sind jetzt die normalen Goldschlüssel, Wumespunkte. Hier eben, es waren ja 549, das heißt, es waren 1100, plus jetzt noch das, was ich im Spiel an Bonusgeld bekommen habe. Dann die, ja normalerweise die vier Seelen, die jetzt hier halt verstärkt sind, nochmal, weil ich dort ja auch Boni abstaube. und ein, ja, ein Edelstein für die Ausrüstung. Und jetzt bin ich wieder auf 421, das heißt, ich bin jetzt eben wieder auf Stufe 6 und mal gucken, ob ich jetzt die Boni, genau, heute der Magiestein, das war das, was vorhin schon angezeigt wurde. Und, okay, also es lässt sich nicht beschummeln, es wird nur nicht korrekt angezeigt, weil eigentlich, hatte ich ja gesagt, ich habe die gestern schon einmal bekommen und bekomme sie jetzt eben nicht noch einmal. Es ist schade, dass es dann nicht so korrekt angezeigt wird, also auch wenn hier sozusagen der Balken nach unten fällt, dass dann nicht die Haken hier gesetzt bleiben. Aber das sind noch so einige Bugs in diesen Neuerungen, wo halt hier und da vielleicht noch das eine oder andere nicht ganz passt. Aber aus meiner Sicht auf jeden Fall eine sehr spannende Neuerung, das jedenfalls für mich das PvP lohnender und spannender macht, einfach weil natürlich sehr viel mehr Belohnungen auf mich wagen, gerade die vielen Ruhmkisten, die Ruhmschlüssel, die ich jetzt hier erspielen kann. Da wirkt das PvP einfach unter der Woche auch schon spannender, als wenn man nur am Ende der Woche so eine Belohnung bekommt und zwischendrin eigentlich nur diese paar Sterne bisher geerntet hatte. Es ist hier wirklich deutlich schöner, das zu spielen. Ja, soweit für heute mit den Neuerungen im PvP für Games of War. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren und wer aktuell noch auf der Suche ist nach einer entspannten Casual-Gilde, kann sich gerne mal bei uns melden. Also ich spiele es zusammen mit meiner Freundin. Wir sind inzwischen in der Liga auf, ich glaube, Silber 1, genau, Silber 1, das heißt 30% Bonus-Gold und wer eben Interesse hat, hier mitzuspielen und einfach nur eine entspannte Gilde sucht, in der man einfach gemeinsam weiter aufsteigen kann und natürlich hier auch die Boni für die Beherrschung der Magiekräfte sammeln möchte, ist gerne eingeladen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!